Hallo liebe Sternenfreunde, Peter Weinreich von der Sternwarte in Neustadt hier. Ich habe mir für heute vorgenommen, dass wir einmal über den wundervollen Stern Betai-Geuze sprechen. Das ist der aus dem Sternbild Orion. Ihr seht ihn hier im Bild nebendran. Und über das, was da in der Presse momentan geschrieben wird, dass er denn wohl bald explodieren werde. Und es erreichen mich immer mehr Fragen dazu. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche einfach mal drüber und erzähle dazu, was ich bisher so weiß und was die Wissenschaft zu dem Thema so sagt. Kommen wir einmal am Anfang ganz kurz darauf, wie überhaupt Sterne, diese großen Gaskugeln im Weltall existieren. Im luftleeren Raum gibt es ja kein Feuer in dem Sinne. Und das, was so eine Sonne, was so einen Stern ausmacht, das ist tatsächlich auf der einen Seite seine immense Masse, die durch die Gravitation diese Gaskugel im luftleeren Raum zusammenhält und zusammenzieht. Und auf der anderen Seite sind es die Kernkräfte im Inneren, die durch die immensen Energien der Kernfusion diese Kugel auseinander treiben. Dieses Gleichgewicht zwischen zusammenziehen und auseinander treiben, das ist das, was so ein Stern in seiner Form hält. Nun muss man wissen, dass gerade Betai-Geuze, das ist der Stern im Orion, um den es hier geht, bei dieser erwarteten Supernova, ein schon gewaltiger Stern ist. Der hat also den tausendfachen Durchmesser unserer Sonne und ungefähr die zwanzigfache Masse unserer Sonne. Ist also schon ein gewaltiger Bruder, der da so vor sich hin leuchtet. Allein die Farbe, die er hat, die ist rot, man kann das mit bloßem Auge erkennen, deutet darauf hin, dass er in seinem Lebenszyklus ans Ende gekommen ist. Auch Sterne haben ein Leben. Dann ist es so, dass diese Kernprozesse, die im Inneren des Sterns ablaufen, auch Veränderungen unterlegen sind. Und das, was momentan beobachtet wird, diese Helligkeitsschwankungen, von denen überall geschrieben wird. Ich habe hier ein Bild beigefügt, dass ihr hier sehen könnt, die Helligkeitsschwankungen über die Jahre seit 2014, als ein Beispiel bis heute, die zeigen, dass ein solcher Stern immer Helligkeitsschwankungen unterlegen ist. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass bei den Kernprozessen tatsächlich der Stern in seiner Energieausbeute sich verändert und dabei in einem gewissen Umfang pulsiert. Dabei wird es mal heller und mal dunkler. Denkt einfach daran, wie es im Kamin aussieht. Da ist das Feuer, auch wenn es gleichmäßig brennt, nicht immer gleich hell, sondern wird mal etwas heller und etwas dunkler. Das zweite, das was ganz wichtig ist, das sind Konvektionsströme. Das kennt ein jeder von uns aus dem Nudeltopf, dass wenn das Wasser in der Mitte kocht, sprudelt es in der Mitte empor und an den Seiten strömt es am Topfrand wieder nach unten. Auch das passiert in Sternen, dass an den Stellen, wo die Hitze gerade entsteht, ein Strom nach oben an die Oberfläche entsteht und dort natürlich auch ins Weltall hinaus strömt. Und an den Seiten treibt das wieder nach unten in das Innere eines Sterns. Dabei werden auch durchaus Hüllen abgestoßen, Gas und Energie und Staubmengen, die sich vor den Sternen legen. Wir haben dann tatsächlich einen Schleier davor. Diese beiden Prozesse, das Pulsieren, das Dunklerwerden in sich und ein davorliegender Schleier sorgt dafür, dass die Helligkeit eines Sterns natürlich schwanken kann. Das beobachten wir bei allen Sternen. Nun ist es so, dass diese Schwankungen momentan besonders intensiv sind, weil vermutlich diese Schleier, die sich vor den Sternen legen, besonders intensiv sind. Jetzt muss man dazu aber noch wissen, dass wenn eine Supernova explodiert, erfahrungsgemäß, das haben wir bei anderen Sternen so beobachtet, sie vorher heller werden. Tut B.T. Goetze aber nicht, sie wird gerade dunkler. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gerade jetzt explodiert, relativ gering. Das heißt, die Erwartungshaltung bei den Astronomen, was die Zahlen angeht, ist etwa von heute bis in 10.000 Jahren. In 10.000 Jahren haben wir allerdings das Jahr 12.020. Nun, das ist astronomisch gesehen immer noch jetzt gerade eben, aber beobachten werden wir es so nicht. Natürlich muss die Presse und die Medien daraus was machen. Wir haben nun mal dieses Jahr keinen wundervollen Blutmond, so muss er ja mindestens heißen, damit er interessant ist. Sondern wir müssen uns irgendwie damit begnügen, darauf zu hoffen, dass die arme B.T. Goetze vielleicht explodiert. Nach meiner persönlichen Beurteilung wird das natürlich relativ bald passieren, relativ bald im Sinne eines Sternenlebens. Aber ob es nun tatsächlich noch von uns gesehen werden kann, von uns, die wir heute noch leben, das weiß ich nicht. Das lässt sich auch so nicht beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit ist verhältnismäßig gering, wie ich persönlich finde. Aber natürlich kann es trotz allem passieren und immerhin muss man dabei bedenken, B.T. Goetze ist nun mal auch 600 Lichtjahre von uns entfernt. 600 Lichtjahre heißt, das Licht von dort bis zu uns braucht 600 Jahre. Das bedeutet, ich werde auch oft gefragt, kannst du nicht mal mit dem Teleskop hingucken, dann kannst du das doch bestimmt schon eher sehen. Nein, können wir nicht, weil auch meine Instrumente aus der Sternwarte nur auf das Licht warten können. Und das Licht ist für euer Auge, wie für mein Teleskop, immer gleich schnell. Deswegen sehe ich auch nicht eher etwas als alle anderen. Von daher lohnt es sich durchaus, abends in den Himmel zu schauen und sich darüber zu freuen, dass B.T. Goetze noch da ist. Naja, und die letzte Frage, die dabei auch immer wieder auftaucht, wenn B.T. Goetze explodieren sollte, eines Tages, dann wird dabei natürlich Strahlung frei, gar keine Frage. Und sie wird auch hell am Himmel sein. Sie wird ungefähr so hell sein, wie der Vollmond an unserem Himmel. Aber die Strahlung aus 600 Lichtjahren Entfernung wird bei unserer Erde wirklich nur in sehr gedämpftem Maße ankommen. Und deswegen besteht da keine Gefahr für irgendwas bei uns, was allerdings mit der Menschheit in 10.000 Jahren ist. Ich glaube, das ist insgesamt sehr viel gefährlicher als das, was von B.T. Goetze ausgeht. Ihr lieben Freunde, danke für eure Fragen. Ich hoffe, es hat so ein bisschen geklärt, worum es geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der Sternwarte. Bis dann. Ciao, tschüss.